Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. So, ähm, genau. Ein Jahr ist es her, als ich das erste Video hochgeladen hab. Und, ähm, ja, diesmal feiern wir ein bisschen Geburtstag, würd ich sagen. Ähm, und zwar wie? Äh, nein. Ähm, wir feiern nicht. Ich sag ein dickes, dickes Dankeschön an euch da draußen, ähm, dass ihr meine Videos geguckt habt. Natürlich an die ganzen Abonnenten. Und, ja, das ist awesome, sag ich nur, in der Zeit so viele Leute dazu gebracht, meine Videos zu sehen. Und, ähm, mittlerweile über 830 Abonnenten schon und über 133.000 Aufrufe, ey. Das muss man erstmal schaffen, ne? Ich find's, äh, richtig krass. Und, dass die Leute auch immer wieder mal eingeschaltet haben, ja, ne? Ist echt klasse. Und, die Leute, die jetzt, äh, mich anfangs abonniert haben, müssten bald, ähm, das Jahresabo bezahlen, ist kein Problem. Könnt ihr direkt auf mein Konto überweisen. Ähm, habt ihr ja schon alles, ja, erledigt und unterschrieben. Ist kein Problem. So, und, äh, was ich noch vorhab, ähm, mit den Leuten ein bisschen zu zocken. Es gibt verschiedene Spiele, die wir zocken können. Ähm, die werde ich dann auch aufnehmen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, zum einen Battlefield 3 würde ich gerne zocken. League of Legends, Modern Warfare 2 oder Modern Warfare 3. Ähm, Mass Effect. Warte, League of Legends schon. Ähm, oder Starcraft. Genau. Eins davon könnt ihr euch aussuchen und, ähm, das werden wir dann alles schön zocken. Ja. Ihr müsst natürlich nicht alles haben. Eins reicht. Und, äh, dann schreibt mich einfach bei Facebook an. Edit mich bei Facebook. Ähm, weil da können wir das viel schneller alles regeln als bei YouTube oder sonst was. Ja. Und, äh, damit sage ich mal Tschüss und, äh, schreibt mich an, wenn ihr spielen wollt. Tschööö.